Hallo Netze und willkommen zu meiner Review des neuen Xiaomi Note 10. Das Note 10 ist ein besonderes Telefon mit besonderer Kamera, aber da kommen wir gleich noch zu. Ich habe das Gerät jetzt zwei Monate im Dauereinsatz mit zwei SIM-Karten und ich bin ein Hardcore-Nutzer, behaupte ich mal. Und ich denke, nach zwei Monaten kann man sich da schon ein gutes Bild von dem Gerät machen. Also fangen wir noch ganz kurz bei den Specs, bei den Spezifikationen des Gerätes an. Es hat ein 16,4 cm großes Display, beziehungsweise 6,47 Zoll groß. Es ist Full HD Plus und ist ein curved Display. Das heißt, an den Seiten ist es leicht abgerundet. Das ist natürlich richtig cool. Und wenn wir gerade schon beim Display sind, Telefone haben ja mittlerweile alle einen Fingerprint-Sensor und Co. Hier ist der Fingerprint-Sensor im Display. Genau, ihr habt richtig gehört, ihr habt kein Icon an der Seite oder vorne oder hinten irgendwo einen Balken oder sowas. Nein, hat dieses Telefon gar nicht. Der Fingerabdruck-Scanner befindet sich unter dem Display und der funktioniert ziemlich gut, wie ihr hier sehen könnt. Also das ist okay. Es gibt eventuell welche, die einen Tick schneller sind, aber ich kann mich wirklich nicht beklagen. Zudem hat das Note 10 von Xiaomi oben eine Kamera, die auch zur Gesichtserkennung genutzt werden kann. Auch das geht recht flott vonstatten, funktioniert aber nur oder bei relativ gutem Licht. Also bei richtiger Dunkelheit funktioniert das Ganze nicht. Deswegen ist diese Notch da oben auch so klein gehalten, weil wir da verschiedene technische Sachen halt nicht haben, die es ermöglichen, das Ganze bei Nacht auszuführen. Also das funktioniert nicht besonders gut, wenn es richtig dunkel ist, aber dafür haben wir halt nur diesen Tropfen und nicht die große Notch wie bei anderen Geräten, Huawei Mate 20 oder Mate 30 Pro, wo ihr oben diese großen Balken da habt. Das fällt beim Note 10 komplett weg. Ihr habt nur diesen kleinen Tropfen. Akku, Akku des Note 10 ist 5.260 mAh stark laut Hersteller und das ist schon, wow, das ist schon gut. Also ich schaffe es nicht wirklich, das Gerät unter 50% zu bekommen an einem Tag. Also das ist wirklich, und das heißt schon was. Also bei mir heißt das wirklich was. Smartwatches, ich höre Musik im Auto über das Telefon, ich nutze es wirklich sehr, sehr viel, Firmen, E-Mails und Co. Und ich telefoniere auch ab und an damit. Also das ist wirklich gut. Akkutechnisch ist das Note 10 wirklich sehr gut aufgestellt. Das Note 10 hat vorderseitig und rückseitig natürlich Gorilla-Glas und die Rückseite ist natürlich mega. Durch diesen Effekt habt ihr da wirklich einen echten Hingucker am Ohr. Ich habe mir mal einfach das grüne Gerät gegönnt, weil schwarze Geräte hatte ich jetzt schon so oft und ich wollte echt mal was anderes haben. Und ich finde das ist stark. Also das haben sie wirklich gut gemacht, da kann man wirklich nichts sagen. Und wie gesagt, es ist Gorilla-Glas und daher relativ gut geschützt das Ganze. Und auch der Aluminium-Frame ist wirklich sehr wertig. Mir ist das Telefon, muss ich auch gestehen, schon einmal aus der Hosentasche gerutscht und runtergefallen. Ist heilig geblieben. Ich habe auch keine Ditcher dran oder so. Das war wirklich viel Glück wahrscheinlich auch. Ich habe eine Handyhülle und das Telefon ist wirklich sehr rutschig. Ist wirklich aus dieser Hülle rausgerutscht. Natürlich sind diese Handyhüllenhersteller natürlich auf die Geräte angewiesen, wenn die noch nicht vorhanden sind. Da sind die vielleicht nicht mehr hundertprozentig passgenau. Ist ärgerlich gewesen. Aber das passiert. Also ich habe ja keine Hülle oder sowas drum. Das Telefon ist so runtergefallen. Hat es aber zum Glück gut überlebt. Also ihr habt vorne und hinten Gorilla-Glas. Aber mehr Tests möchte ich doch nicht so gerne damit machen. Also das ist wirklich gut verarbeitet. Das ganze Telefon. Ihr habt eine Dual-SIM drin. Das heißt, ihr könnt dieses Telefon natürlich mit einer Firmen-Handynummer nutzen und mit eurer privaten Nummer zur selben Zeit. Das ist wirklich stark. Ihr könnt ein Menü festlegen, wo ihr schnelleres Internet habt und dann könnt ihr die entsprechende Karte fürs Internet zum Beispiel nutzen. Also das ist wirklich sehr gut gelöst. Und natürlich könnt ihr auch Nummern festlegen, die ihr öfter anruft und mit welcher Nummer da anruft. Also das ist wirklich cool gemacht. Natürlich könnt ihr bei Tastendruck die eine SIM natürlich dann ausschalten, wenn ihr im Urlaub seid oder sowas. Das ist unproblematisch möglich. Ist aber sehr, sehr cool. Okay, das Note 10 gibt es auch in einer Pro-Variante. Ich habe hier die 128 GB Variante, 6 GB Arbeitsspeicher. Es gibt aber auch, wie gesagt, diese Pro-Variante. Die hat dann 256 GB Speicher und 8 GB Arbeitsspeicher. Ansonsten Prozessor ist derselbe. Okay, okay. Und da haben jetzt wahrscheinlich alle drauf gewartet, die Kamera. Kameras? Das Note 10 hatte die neue Kamera, die auch wahrscheinlich das Samsung Galaxy S11 haben wird. Das behaupte ich jetzt einmal hier im Öffentlichen. Ist logisch. Ich würde das auch haben. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Also diese Kamera besteht aus fünf Objektiven. Ja, das ist so ein Rüstungswahn. Am Anfang dachte ich mir, ja, bestellst du dir die Kamera mal? Guckst du mal, was hier diese Werbung von Xiaomi in der Realität wirklich leisten kann? Und was soll ich sagen? Das Ding ist wirklich mega. Nehmen wir das beste Beispiel. Mein erstes Foto. Wir haben gerade noch Winter. Das habe ich um 37 aufgenommen vor zwei Monaten und da war es noch richtig dunkel. Seht ihr auf dem Foto keine Sonne, nichts und natürlich ohne Hilfsnot, also kein Stativ oder so, sondern aus der Hüfte einfach mal rausgezogen, Foto gemacht und später mal angeguckt. Ja, mal angeguckt. Hier seht ihr jetzt das Foto. Ich stehe also hinter einer Brücke, schaue über diese Brücke rüber. Gegenüber liegend, ihr seht ihr ein Gebäude und in einem beleuchteten Fenster seht ihr eine Frau mit einem grünen Oberteil und weißen Kragen. Glaubt ihr nicht? Ja, dann zoomen wir einfach mal ran. Also wie gesagt, die Fotos sind phänomenal mit den fünf Objektiven und ihr habt 109 Megapixel und das bietet zurzeit kein anderer Hersteller. Und siehe da, wenn wir jetzt ganz nah ran zoomen, sehen wir, dass da tatsächlich eine Frau steht. Also ihr könnt super, vielleicht kennt ihr das bei Lowlight, fängt das ja oft immer sehr stark an zu rauschen. Wenn ihr wenig Licht habt. Und ich finde, man sieht sehr toll hier den Lichtkegel von der Laterne, die Details vom Geländer, der Brücke. Man sieht, dass der LKW, die Scheiben von innen beschlagen sind. Also das ist doch wirklich spitze. Wohlgemerkt, nicht bei Sonnenschein, sondern bei gar keiner Sonne, nur kunstlich. Bei dunklem Winterwetter kann man solche Aufnahmen mit der Note 10 Kamera zaubern. Der Chipsatz der Kamera stammt von Samsung und da schließt sich dann halt auch wieder der Kreis. Xiaomi ist wirklich qualitativ sehr hochwertig und benutzt wahrscheinlich auch bei anderen Bauteilen sehr qualifizierte Produkte von anderen Herstellern. Und natürlich, Kamera liefert natürlich auch Videos, aber der Autofokus, der ist wirklich zum Niederknien. Ihr seht das, ich habe hier verschiedene Abstände der Objekte und trotzdem wird da richtig gut fokussiert. Als wüsste die Kamera schon, welches Objekt ich gerne scharf haben möchte, wird das dementsprechend scharf gestellt. Also das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Musik Musik Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.